Ich habe keine Mühe. Ich habe jetzt gerade eine kleine Nachfrage, die ich nicht ganz gepasst habe gerade. Normalerweise, wenn das schnell genug ist, ist das kein Problem. Aber ich war jetzt gerade nicht ganz schnell genug. Ich habe mir Zeit ein bisschen nachgedacht. Ich habe mir Zeit ein bisschen nachgedacht. Der Alpina. Früher war es ein einfacher Mountainbike. So ist hier nochmal ein bisschen Meerwind. So liegt hier unten und der Wind abgesehen liegt die Seite des Lees. Dann geht er durch. Eben am Hang steht der Wind drauf. Das Luft. Dann kriegt der Druck hier wieder durch den Schnee. Und so geht man hier schön im Kreis jetzt. Ich darf Sie begrüßen, dass ich heute den Höhenrekord von 200 Metern einen Millimeter gebrochen habe. Wahnsinn, oder? Stopp! Der nächste geht durch die Turbulenzen. Mal schauen, ob er es hinbekommt. Eine Diana. Sehr leichter Flieger. Jetzt geht er hoch und runter. Aber er macht es wie ein Profi. Ja, fast. Da ist eine ordentliche Turbulenzen hier hinter dem Hang. Wir gucken, ob er es hinbekommt. Oh! Holla, holla, holla!